So, ich werde auch mal versuchen, die Schreien der Geheimnisse anzufangen. Ich wollte schon ein Läcker machen, aber... ...und am Ende können wir das nicht gut machen, weil... ...die Frage darüber, was auch ganz normal weitergehen kann, weil ich versuche, was Neues zu bringen. Also, es ist eigentlich letztendlich DVD-Content, aber es ist halt Schreien der Geheimnisse. Das ist eigentlich auch immer sehr gut in der Generänen-Community, ähm, also, in der Generänen-Community von den Anderen nicht noch Verkönner. Ähm, das ist auch so gut da, wie wir sie sind, nachdem. Ähm, und, ja, das werden wir mal so gesagt. Silberer sind unsterblich und keine Verdeckmöglichkeit. Und danke sehr für keine Verdeckmöglichkeit, weil unsterblich kann ich keine unendliche Reden. Oh, krass, das ist natürlich, ne? Aber verstehe keinen Verdeckmöglichkeit. Das ist ein gutes Perk, wenn man treten, wenn man gegen Jens treten muss. Also, wenn es nicht so viel Sarkasse oder Ruinen hat. Okay, wer Ruinen noch mitnimmt, obwohl... ...die letzte Zeit sehe ich Ruinen und unsterblich wieder, boah. Wer Ruinen mitnimmt, ist einfach nur Lost. Egal, äh, keine Verdeckmöglichkeit. Da musst du den Jens treten. Und dann hast du vielleicht, äh, Ausbruch, äh, Pop-Gross-Wiese dabei. Oder auf der See, oder wie sie... Wie die ganzen Tretflöcher da ist. Nimm so nicht Stromstoß jetzt. Das ist exklusiv nicht. Oder geil sagt, ich weiß es schon. Sondern du musst den Jens treten. Wie Pop-Gross-Wiese und auf der See und so. Also... Und dann siehst du die Auren in, ich glaube, 24 Metern. Umkreis... ...und der Zoräuber. Seidenjang, Verzerrung. Verzerrung ist mittlerweile auch schon wieder... ...maja... ...gebrunnen. Ähm... Ja. Und dann siehst du hier deren Auren und dann weißt du, wo sie sind. Und dann wundert er sich, hä? Wer hat der mich denn nicht gefunden? Das macht das Perk. So, im Ganzen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil... Ich habe nicht so viel Zeit zum reden. Ich weiß ungefähr so... ...zwei bis drei Minuten habe ich Zeit. Ich weiß nicht, wie... ...und bis oben es war 2 Uhr in der Nachts. Und ich nehme das gerade auf vor Schreien. Der Geheimnis, der gerade eben vor einer Stunde in der Höhe gekommen ist. Ich habe aber auch schon aufgenommen. Ich habe aber auch noch eine extra Runde gespielt. Ich bin nachtig. Bisher war man normal. Tagsaufkommen heute. Ja. Und sonst sterbe ich. Ich kann es nicht so... Letztendlich tust du einfach deinen Hup-Perk schützen. Also die Ruin. Und halt... ...aufgezählt drauf. Und dann... ...was ich dir nicht empfehlen kann. Ich ziehe dir in diesem Video. Und es ist einfach simpult mit... ...zu sterben. Ich kann was nicht so... Ich kann... ...aber... ...mitten in der Runde... Ui... Äh... ...sterbisch kann einfach weg... ...gehen platzen. Man hat einen Vorteil. Man sieht... ...die Augen zumindest... ...weiß ich nicht so... ...keine Ahnung. Ja... ...man kann das dann so sagen... ...ja... ...das Perk ist dann woanders aufgetaucht... ...kann in der Holz... ...ja... ...also ich muss sagen... ...auf der Talon... ...gibt es einen Todesbaum... ...den willst du einfach nicht haben... ...am Wasserturm... ...wenn du den hast... ...dann kannst du... ...dann kannst du direkt den Koffer packen... ...und kannst du das gehen... ...und schon... ...deswegen... ...ich war froh, dass da jemand... ...irgendwer das... ...geboomt hat... ...und das heißt also... ...das mein... ...perk woanders aktiv wurde... ...immer mitten im Busch... ...und das alles findet... ...ich habe auch am Ende... ...so ein bisschen... ...spoiler so... ...ich habe am Ende sowieso... ...paar Leute nochmal rausgegangen... ...letzendlich... ...ich habe schon einen Tod bekommen... ...wo ich eigentlich drei bekommen hätte... ...das finde ich auch... ...irgendwie übrigens unfair... ...ich habe den einen... ...habe ich sogar noch... ...animation bekommen... ...noch... ...und... ...der ist trotzdem einfach raus... ...es kommt und kommen... ...und die andere ist halt... ...unböse... ...ich muss ja dieses... ...eine slangen... ...weil ich eine raufhängen muss... ...ich wusste aber nicht... ...dass sie irgendwie... ...mit irgendwelchen Perks spielt... ...die ja... ...ich sowieso... ...ich sowieso nicht mehr... ...aufgegangen hätte bekommen... ...aber... ...ja... ...hat sie auch noch sehen... ...welch da sogar gehabt... ...ich dachte... ...das war... ...sehen möchte... ...hätte ich sowieso nichts machen können... ...der ich selbst mit meiner Angel... ...nix machen können... ...bei... ...beurteilen kannst du tatsächlich... ...sogar mit der... ...angel... ...wenn die schreck weit... ...ausgefahren ist... ...dann kannst du einfach... ...nach... ...und... ...und... ...fünf... ...zehn... ...fünfzehn... ...fünfzehn Sekunden... ...du kannst eigentlich... ...gaube ich... ...20 Sekunden ungefähr... ...kannst du das... ...prima... ...wenn du es gut machst... ...halten... ...und dann... ...tu es den umniesen... ...und dann... ...dann... ...dann hast du ein Problem... ...da musst du ihn auch... ...dann... ...dann... ...weil hat er nämlich... ...dann... ...vertraulich... ...da... ...weck halt... ...zurecht... ...ja... ...würst mal aufzuhören... ...weil ich glaube... ...die Rune hat schon gestartet... ...ähm... ...dann währenddessen... ...so gesagt... ...also... ...will er irgendwie noch... ...Gameplay... ...f... ...davor tun soll... ...damit ich... ...damit das halt... ...keine Ahnung... ...besser ist... ...ich guck mal... ...ob ich noch was finde... ...n paar Minuten... ...wo ihr irgendwas habt... ...damit das einfach... ...besser ist... ...ja... 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 ...wenn ich... ...sag mal so... ...wenn es euch gefallen hat... ...dann... ...auf jeden Fall... ...Bewertungen... ...Kommentare... ...Kommentare sind besser als Likes... ...weil glaub mir... ...dass... ...ich sehe... ...zwei die Likes... ...und Dislikes... ...bringt aber euch nichts... ...bringt mir nichts... ...die Kommentare... ...kann ich mehr anfangen... ...und mein Kanal... ...durchschnitt... ...von da ist... ...das würde also... ...eigentlich würde... ...nicht meinen ganzen Kanal... ...durchschnitt... ...von da... ...hunzen... ...aber... ...kommmentare... ...da kann ich auch... ...auf antworten... ...wass mich nicht denken... ...wann ich denken... ...wann das jetzt... ...an Display war das Video schlecht... ...ansich... ...und... ...ne... ...ne... ...ja... ...like und Dislike... ...kann ich... ...und... ...ja... ...schönen... 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 ...schönen Februar... ...ab heute denkt man... ...braucht keine Maske mehr... ...an... ...und... ...nachverkehr... ...am zweiten... ...deht dann keiner mehr... ...und... 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 ...wenn ich mal sagen... ...was ich muss dann... ...wiedersehen... ...es ist... ...und... ...zum... ...sum... ...sum... ...ich werde mich heute... ...mit hier mal sprechen... ...ich werde ihn mal... ...hörte oder morgen... ...dazubringen... ...dass ich mit ihm reden kann... ...auf jeden Fall... ...das bereden... ...also ich... ...hab ja irgendwie gesagt schon... ...und dass ich meine... ...Konsole mitbringe... ...und... ...wenn... ...was auch viel okay wäre... ...das dann seine... ...inseln... ...wenn ich dann mal... ...ort... ...wenn ich das nicht okay... ...wenn ich das jetzt zwei Stunden mache... ...also zwei... ...sum... ...hörte... ...und... ...das auch schon dann... ...wenn ich halt schon... ...und... ...hörte sich das... ...genau was welcher... ...auf... ...instagramm... ...wenn ich noch mal... ...posten... haltet da steif ja 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 Oh, 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 oh. Oh, Mann. 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 Oh, Mann.